Moin und Waldmannsheil! Ja, ihr habt schon sehnsüchtig drauf gewartet. Es ist der erste Livestream für mich, der jetzt simultan auf All4Hunters, auf Brownells Deutschland und natürlich bei Waldfallen übertragen wird. Und insofern bin ich gleich mit meinem ersten Livestream im absoluten Rampenlicht. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Keno und ja, unter dem Namen Waldfallen, insbesondere über YouTube und Instagram zu finden. Und im letzten Jahr habe ich viele Projekte zusammen mit RWS gemacht. Unter anderem war ein Projekt jetzt ganz, ganz frisch, der RWS Hub im Rahmen der IWA 2018. Und diejenigen von euch, die das so mitverfolgt haben, ich habe mich verliebt. Und Hashtag Don't Have My Wife. Denn es geht wieder um eine Waffe. Und zwar eine Rösler Target im Kaliber 6.5 Creedmoor. Ich habe sie das erste Mal auf dem hauseigenen Stand von RWS schießen können. Und ich habe einfach gemerkt, das Kaliber, das kann was. Die Präzision ist überzeugend. Das Kaliber hat ähnliche ballistische Eigenschaften wie meine 300 Win Mark. Es schießt sich aber einfach saugeil, wenn man das hier so sagen darf. Und sehr, sehr bequem. Nun ist die Frage, neue Waffe. Ja, sehr gerne. Ich kriege diese Waffe tatsächlich jetzt von RWS zum Testen zur Verfügung gestellt. Das will ich fairerweise noch dazu sagen. Das heißt, ich kann ab morgen mit 6.5 Creedmoor auf die Jagd gehen. Aber Schleswig-Holstein, da komme ich her, da jage ich die meiste Zeit. Und in Schleswig-Holstein ist es so, wir müssen live frei jagen. Und wer es verfolgt hat, hat gesehen, ich habe die Fragestellung ganz offen auf meinen Kanälen gepostet. Und auch so ein bisschen um Hilfe bei euch ersucht, was man tun kann, was man machen kann. Und relativ schnell kam von euch die Antwort und die Verbindung zum Kaliber 6,5 x 55 SE. Also das altbewährte schwedische Kaliber in 6,5 mm. Zudem gibt es mittlerweile ein bleifreies Evo Green Geschoss. Und ja, jetzt war der Schritt eigentlich sehr einfach. Ich brauche ein bleifreies Geschoss. Ich brauche das Evo Green in 6,5 mm. Ich brauche das Ganze aber im Kaliber 6,5 Creedmoor. Gibt es so aktuell noch von keinem Hersteller, den ich so gefunden habe. Und dann war eben der weitere logische Schritt, zu dem wir alle geraten haben, Widerladen. Problem, ich bin kein Widerlader. Also was macht man? Man muss sich Hilfe suchen. Und die habe ich tatsächlich gefunden, zusammen mit RWS, zusammen mit Johannsen aus Neumünster, die ja gleich hier bei mir um die Ecke sitzen und ein kompetenter Ansprechpartner, wenn nicht sogar schlechthin der Ansprechpartner für das Widerladen hier in Deutschland sind. Und die haben mich unterstützt. Die beiden haben im Vorwege schon ein bisschen rumgetüftelt, wie die Laborierung für dieses Geschoss aussehen muss, wie das Ganze zu funktionieren hat. Die haben also wirklich sich die Mühe gemacht, sozusagen, damit ich mit der 6,5 Creedmoor bleifrei jagen gehen kann, ja, ein Geschoss zu basteln, was passt und was funktioniert. Und ja, ich bin sozusagen Widerlader-Neuling. Ich weiß, viele von euch sind es auch. Und ich wollte jetzt einfach mal schauen, wie funktioniert das Ganze. Und ja, dafür habe ich mir den Dirk hergeholt. Hallo Keno. Moin, grüß dich. Ja, und Dirk wird mir jetzt erzählen, die wichtigsten Schritte, wie das mit dem Widerladen funktioniert. Jo. Also Keno, wie du schon gesagt hast, wir haben im Vorfeld ein bisschen getestet und gepfüftelt. Für dich, wir haben deine abgeschossenen Hülsen genommen, sie entzündert, gereinigt, mit einer sogenannten Kalibriermatrize aufs Uhrmaß zurückgedrückt, wieder gereinigt, die Länge geprüft und nachher sie schon mit einem neuen Zündschädchen versehen. Ja. Das heißt, diese Hülse ist für uns ladefertig. Okay. Da wir uns hier live auf der Outdoor befinden, verzichten wir mal aus Sicherheitsgründen auf das Laden mit Pulver. Hm, verständlich. Wir gehen mal davon aus, da ist jetzt die richtige Menge Pulver drin. Was wir dir heute zeigen, ist Hülse in die Presse. Oben ist eine sogenannte Sitzmatrize drin. Und wir haben hier das 6 Gramm RWS Evo Green Geschoss. Ja. Das kommt nur noch oben drauf, nachdem das Pulver drin ist. Und ich möchte dich bitten, einmal den Hebel zu betätigen. Okay. Um damit das Geschoss zu setzen. Ganz runter. Und wieder hoch. Und das war's schon. Und damit haben wir eine fertige 6.5 Treatment-Patrone für deine Waffe. Okay, das ist ja großartig. Da haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich sehe das schon, da habt ihr schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist großartig. Kann ich jetzt einfach so loslegen? Alles kaufen und... Nee, du brauchst also einen Schein. Okay. Die Gerätschaften kannst du alle frei kaufen. Ja. Bis auf das Pulver. Okay. Dafür brauchst du einen sogenannten Pulverschein. Der berechtigt dich dann zum Erwerb. Und bei diesem Kurs dafür lernst du auch ein bisschen den Umgang. Ja. Die Sicherheit, nicht rauchen beim Laden, Fenster zu machen, beim Pulver füllen. So diese elementaren Sachen. Mhm. Wie gesagt, die Ladedaten und so bekommst du von uns. Okay. Wir haben die im Vorfeld schon mal beim Beschuss am Testen lassen, dass die gesetzlich konform sind. Das heißt, Gasdruck muss passen für das Kaliber. Gasdruck, Geschwindigkeit. Und wir haben auch schon mal geguckt, oder du auf dem Skistand, dass die Präzision stimmt. Genau. Das werde ich jetzt gerade auch mit den neuen Patronen, werde ich das nochmal machen. Das heißt, ich habe ja den Montag noch vor dem 1. Mai, da werde ich auf den Skistand gehen. Ich werde auch, weil die Waffe ein Zielfernrohr mit Absehensschnellverstellung hat, auch die V0 messen, dass ich wirklich die Absehensschnellverstellung auch voll nutzen kann. Und ja, werde dann tatsächlich nochmal schießen. Ich habe auch noch ein paar Fragen und vielleicht habt ihr auch noch welche. Wir sammeln die jetzt gerne während des Livestreams. Also wenn ihr Fragen zu der Thematik habt, schreibt die einfach rein. Ich habe hinter der Kamera jemanden positioniert, der liest die Fragen mit. Seid uns nicht böse. Wir können jetzt dadurch, dass wir auch drei Kanäle gleichzeitig bedienen, nicht direkt darauf sofort antworten. Aber wir suchen uns gleich die interessantesten Fragen raus und bearbeiten die Fragen dann am Ende des Livestreams noch einmal. So. Ich habe jetzt noch eine Frage der Zünder. Du hast gesagt, ihr habt die schon bezündert. Wie kommt der Zünder in die Patrone? Gereinigt ist ja alles, das kann ich mir vorstellen. Gereinigt ist das Ganze. Du hast hier an der Pässe einen sogenannten Arm. Da kannst du es einzeln machen. Ansonsten haben wir hier auch ein sogenanntes Zündschütchen-Handsetzgerät. Dort können wir diesen Teller kommen, die Zündschütchen rein, setzen es hier rein. Jetzt kommt ein Hülsenhalter rein. Ah ja, also im Grunde, dass so ein Adapter wie hier unten ist. Genau. Setz den hier rein, drückst einmal rein und hast den Zünder drin. Ah ja. Durch das Handsetzgerät hast du die Möglichkeit mit sehr viel Gefühl den Zünder zu setzen und du kannst prüfen, ob die Zündglocke tief genug ist. Ja, Gefühl heißt, ich merke dann wirklich, wie das Zündschütchen reinrutscht. Genau. Mein Ziel ist ja, dass das alles flach und bündig unten ist. Es muss bündig sein oder es darf sogar leicht unterstehen, so wie hier, um sicherzustellen, dass es nicht übersteht. Genau, damit kann es nicht passieren. Kannst du auch ganz toll testen, wenn du die Patrone dann auf den Tisch stellst und sie fängt an zu wackeln, dann guckt dein Zünder raus, weil er halt auf dem Zündstüchchen rumeiert. Das kann zu Problemen beim Zuführen finden, weil das Zündstüchchen hinten rausguckt, der Verschlussabstand ist minimal in diesen Waffen und es klemmt einfach. Genau. Und es ist ärgerlich, wenn die Waffe klemmt und der Bock läuft weg. So ist es, genau. Gerade bei der Jagd, ich sage es immer wieder, wir müssen mit dem ersten Schuss treffen und das immer und immer sicher. Insofern ist da auch wirklich dann auch beim Widerladen nochmal eine ganz, ganz wichtige Komponente, also was mir persönlich auch einfach immer, was ich mir persönlich auf die Fahne schreibe. Es muss sicher sein und der erste Schuss muss da landen, wo er soll und da will ich auch keine Fehlfunktion haben. Wenn der Bock wegläuft, dann ist es so, aber wenn der Schuss irgendwas passiert, das wollen wir natürlich nicht. Pulver haben wir natürlich jetzt weggelassen aus Sicherheitsgründen. Da gibt es so Pulvertrichter zum Raufsetzen. Pulvertrichter und ich habe dann, ich habe natürlich schon YouTube-Videos im Vorwege angeguckt. Das heißt, es gibt dann Wagen, mit denen ich anhand der Laborierung, die man kennt, dann das Pulver abwiegen und einfüllen kann. Wichtig ist noch, das Pulver nicht verwechseln, nimm mal das Richtige. Weil ein falsches Pulver gibt immer einen falschen Gasdruck. Wenn es zu wenig ist, ist es schar, ist nicht schlimm. Schieß nur nicht. Ist es zu viel, kann es dein letzter Schuss sein. Das glaube ich. Wie gesagt, beim Pulverfüllen ganz vorsichtig sein. Wichtig ist, die Hülse füllen und dann in ein zweites Ladebrett stellen, um auszuschließen, dass du eine Hülse nicht befüllst. Wenn du eine Hülse ohne Pulver hast, das Zünschelchen reicht aus, um das Geschoss in den Lauf zu drücken. Du ziehst die leere Hülse aus, du merkst, der Rückstoß war falsch, es knallte anders. Aber dein Jachttag ist definitiv für diesen Tag vorbei, weil das Geschoss in den Feldern und Zügen einfach festsitzt. Okay, das heißt, ja, alles klar. Und es gefährlich wird, wenn du in der Hektik nachrepetierst und ein zweites Geschoss draufsetzt. Deswegen, ich sage immer, Hülsen und so, das ist alles wichtig und das muss alles genau passen. Aber der einzig gefährliche Part ist das Pulver da dran und ich muss mich da wie beim Kuchenrezept auch genau ans Rezept halten und exakt backen, damit ich halt die Patrone so bekomme, wie es dir auch vorgeht. Ja, das glaube ich. Das heißt also mit, ich sage jetzt mal, Selbststudium bei YouTube wiederladen werden ist nichts. Ich brauche sowieso den Pulverschein und ich muss wahrscheinlich auch einen Kurs machen. Jemand, der mir zeigt, wie ich alles einstelle, dass die Daten, die ihr jetzt schon ermittelt habt, was die Setztiefe des Geschosses angeht und so weiter, dass ich das eben lerne. Zu ermitteln, richtig zu messen, richtig zu interpretieren die Daten. Also in diesen Kursen, das sind immer so 20 bis 24 Stunden, da wird sehr viel gesetztes Text und alles gemacht und das Laden selbst eigentlich immer nur sehr rudimentär gemacht. Das Einfachste ist, wenn du den Schein hast und ihr fangt an wiederzuladen, euch einen erfahrenen Wiederlader sucht oder kurz fragt, jemanden, der sich damit genau auskennt, damit euch die ersten Patronen stückchenweise lädt, um Fehler zu vermeiden. Dann immer nur eine kleine Menge machen, den Arbeitsfeld ein-, zweimal machen, mit der Waffe prüfen, dass die Patrone reingeht. Nichts ist schlimmer, als runterpacken, um fertig zu kommen, um nachher festzustellen, ich habe ja gar nicht meine Waffe. Das stimmt. Ich habe auch schon gehört, dass das, soll ich sagen, der große Vorteil des Widerladens, abgesehen davon, dass man vielleicht ein bisschen günstiger an Munition kommt, der ist, dass man die Munition eben sehr präzise auf seine eigene Waffe abstimmen kann. Bei Jagd-Munition ist der Preisvorteil, bis ich den dann rausgearbeitet habe, das dauert doch. Wenn ich Sportschütze, habe eine hohe Schusszahl, habe viele Patronen, die ich brauche, komme ich schneller in diese Gewinnzone, sage ich mal, aber wichtig ist, die Waffen, die Munition, die ich kaufe von der RWS zum Beispiel, muss für alle Waffen dieses Kalibers passen. Die, die ich baue, passt exakt nur für meine Waffe und ist auch für meine Bedürfnisse abgestimmt. Ein Beispiel, eine Patrone 3006 muss für uns hier in Schleswig-Holstein einmal bis zum nächsten Knick schießen, bei 80 Meter, die muss aber auch im Hofgebirge auf 250 Meter noch sauber treffen. Das heißt, für mich kann ich die Performance der Patrone auf meine Bedürfnisse hier etwas anpassen oder mein österreichischer Bergjäger kann sie ein bisschen schneller machen, weil er halt doch deutlich weiter schießt. Ja, das stimmt. Und ich kann die Eigenprezision der Munition noch steigern, sodass ich für mich auf der Jagd ein noch besseres Gefühl habe. Ja, großartig. Das heißt, für mich habe ich eigentlich gleich zwei Gründe zum Widerladen. Zum einen mein bleifreies 6.5 Treatmore als auch fürs Longrange-Schießen meine perfekte Munition für große Distanzen im sportlichen Bereich. Großartig. Großartig. Ja, da hast du mir schon sehr, sehr gut weitergeholfen. Also ich glaube, für mich wird jetzt am Widerladen kein Weg mehr dran vorbeiführen. Und ich freue mich wirklich, dass ihr euch die Arbeit und die Mühe gemacht habt, im Vorfeld wirklich da zu recherchieren und zusammen rauszufinden, was ein wichtiges Kaliber ist bzw. was eine richtige Laborierung ist für dieses Kaliber, dass ich damit wirklich dann auf Jagd gehen kann hier in Schleswig-Holstein. Haben wir gerne gemacht. Großartig. Bevor ich dich verabschiede, haben wir Fragen? Zeit. Zeit. Ich höre die Zeit. Okay. Die Fragen schauen wir uns dann am Ende nochmal an und werden uns gemeinsam dann nochmal heransetzen und sie versuchen zu beantworten. Seid uns nicht böse. Wir sind im Messegeschehen. Insofern kann das sich alles ein bisschen verzögern. Dirk. Kino. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich bei RWS bei Johannsen, dass ihr das alles so möglich gemacht habt, dass ihr mich dabei unterstützt. Und für mich geht es jetzt Montag auf den Skistand und dann am 1. Mai auf den Maiburg. Tag. Ich verabschiede mich und ihr kennt den Spruch am Ende. Keine Ausreden. Ab nach draußen. Geht jagen. Dieses Mal muss ich aber sagen, keine Ausreden. Kommt uns hier auf der Messe besuchen. Stellt vielleicht direkt persönlich eure Fragen. Und ja. Ich bin für euch da. Ich bin Samstag und Sonntag hier auf dem Stand von RWS und von Johannsen anzutreffen. Schaut vorbei. Und wir würden uns freuen uns hier mal auf einen Kaffee mit euch persönlich zu unterhalten. Vielen Dank. Ich hoffe euch hat es gefallen. Auf Wiederschauen. Tschüss. Großartig. Danke dir.